Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu unserem Let's Play Rollercoaster Tycoon 3 Deluxe Edition. Wir sind in Szenario 14 und ich muss sagen, wir gehen doch Richtung Ende. Wir sind jetzt in Szenario 14 von ich glaube 17 oder 18. Danach bleibt es nur noch Soaked und Wild und dann war es das mit Rollercoaster Tycoon. Äh, ja. Wobei Soaked und Wild nicht so viele Szenarien hatten. Das war nicht viel. Aber egal. Szenarioziele, kosmische Felsen, die Lokalität hier könnte direkt aus einem alten Science-Fiction-Roman entsprungen sein. Doch ihre Herausforderung ist absolut real. Kreieren sie einen Park, der ihre Lieblingsweltraumhelden stolz machen würde. Es stehen ihnen nur ein paar Flecken ebenes Land zur Verfügung und somit wurde die Saat für ihren eigenen Weltraumwettlauf gelegt. Gesamtmonatliche Bahn an einem 100, Mindestverkehrswert 20.000. Darlehen zurückzahlen, das heißt wir haben... Äh... Darlehen. Aber wir müssen keine Achterbahn bauen, so wie ich das sehe. Oh, ist das hügelig hier. Boah, ist das hügelig. Das hier ist nur eben. Und das war es dann. Alles klar. Wir haben ein Darlehen von 20.000 Und haben nur 10.000 Geld gehabt am Anfang. Wollt ihr mich verarschen? Dann wollen wir natürlich auch Spacey haben. Ganz klar. So, ein Weg. Hat haben wir hier, ich glaube das hier. Und jetzt eben schnell... Noch den Eingang gesetzt. Für die Gravitation. Will ich 2,40 Euro haben. Jede Last wird wohl eingestellt sein. Alles klar. Dann brauchen wir... ...einen Informationsstand. Den machen wir... ...hier hin. Machen wir unsere alten Preise wieder. Und dann können wir immer noch gucken... ...ob das irgendwie zu billig ist oder so. Den Weltraum Shake. Na, sieh mal einer an. Natürlich wieder nach Kundenwunsch. Ist ja klar. Vanille Shake. 1,30 Euro. Du kostest 1,50 Euro. 1,70 Euro. 1,90 Euro. Machen wir halt nochmal 10 Cent teurer. Kekse. Ich weiß nicht, wer von euch die... ...Sesamstraße kennt. Boah, will ich das... Nee. Mach mal einen 40 Cent... ...Schritten. Alter, das ist zu teuer. So. Ähm, genau. Toilette müssen wir auch noch haben. Die machen wir hier hin. Die obligatorischen 30 Cent. So. Dann brauchen wir... ...fliegende Untertassen. Der Eingang ist hier hinten... ...und hier haben wir den Ausgang. Immer mal ein bisschen Platz. Ich möchte mal... ...das hier haben. Ich finde das schöner als das hier. Spaciger. Hallo. Mach mal das so nach und nach. Ich weiß, wir müssen... ...die Laternen wieder neu setzen, aber ich finde... ...ääh... ...das irgendwie schicker. Hallo. Also darf ich jetzt hier nicht hinbauen? Aha. Ich weiß, da geht jetzt ein bisschen Geld drauf. Gehört nicht zu uns. Dann kann man das nicht machen. Aber immerhin... ...das hier... ...das hier... ...das hier... ...das gefällt mir besser als... ...was wir da vorher hatten. ...ah ne... ...ah ne... ...ich muss ja noch... ...ääh... ...den Eingang... ...hin... ...platzieren. ...loi... ...loi... ...was ist das denn hier schon wieder? Fliegende Tassen machen wir... ...fliegende Tassen machen wir... ...1,80... ...so, was brauchen wir noch? Wir haben Trinken... ...wir haben Essen... ...wir haben Informationsstand... ...wir haben... ...ne Toilette... ...wir haben zwei Fahrgeschäfte. Wir brauchen zwar... ...keine Achterbahn... ...aber ich weiß nicht... ...ob sich doch... ...vieleicht... ...eine lohnt. Weil die bringen... ...doch immer... ...viel Geld rein. Achso... ...ich muss... ...ääh... ...hier... ...diese Spacey Lampen... ...wieder... ...hier hin machen. Und ich muss... ...ääh... 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 ...Mülleimer hin machen. Und wir müssen unbedingt... ...ääh... ...Personal einstellen. Und was wir noch machen müssen... ...ist... ...ääh... ...ääh... ...damit jetzt mal aufhören... ...einstellen... ...ääh... ...jetzt reicht momentan eine... ...hier die... ...das müssen wir einstellen... ...Wasserrutschen brauchen wir nicht... ...Show auch nicht... ...Kazellerie brauchen wir auch nicht... ...Transportbahnen brauchen wir nicht... ...Sanftfahrt... ...nur wenig... ...Wasserbahnen... ...so... ...200 Euro im Monat... ...ist schon viel Geld... ...und was wir hier noch einstellen müssen... ...ääh... ...Galaxy kann man hier machen... ...aber das wollte ich eigentlich nicht... ...so... ...was ist das für ne Musik... ...okay... ...auch alle 20 Minuten... ...eins weg... ...hmm... ...und jetzt lassen... ...und jetzt lassen... ...mach mal Space... ...Space ist glaube ich gut... ...ja... ...so... ...äähm... ...da Tama schon... ...Mindestverkehrswert... ...20.000... ...ja... ...dafür brauchen wir natürlich noch... ...das ist ja ganz klar... ...das sind bei 7.900... ...aber... ...aber... ...genau... ...mal schauen... ...Floorless Coaster... ...ja... ...oh... ...die sind teuer hier, die, ne... ...geht... ...hätten wir sogar... ...die hätten wir sogar... ...boah... ...die ist nicht klein... ...hier ist... ...wo ist denn der Eingang... ...ach... ...jetzt auf der falschen Seite... ...ja ne... ...ist klar... ...sonst noch... ...irgendwelche Wünsche... ...ey... ...der will mir immer nur... ...das Teure hier verkaufen... ...wa... ...seht ihr das? ...das... ...das was wirklich... ...für 6.000 ist... ...das lässt er mich nicht... ...wir machen es mal anders... ...wir nehmen einfach mal... ...ein paar Hügelchen weg... ...Wege... ...wo... ...wo... ...wo war das denn noch... ...Terrain... ...hm... ...oh... ...das ging aber... ...ganz schön ins Geld... ...hm... ...das ging aber... ...gerade mächtig ins Geld... ...das hätte ich besser nicht gemacht... ...das waren erstmal... ...locker ein Tausender... ...Scheiße... ...das Geld müssen wir erstmal... ...wieder reinholen... ...verdammt... ...verdammt... So... So... Eingang... ...Ausgang... so für den zipper will ich nein nicht runter gehen ich ja brauchen wir hier auch wieder galaxy und alle 20 minuten wo ist denn die reinigungskraft müssen wir leider noch eine einstellen so haben wir das schon mal aber schon mal drei wollte ich nicht machen dürfen hier das war nicht gut das war nicht sonderlich gut was ich da gemacht habe ich habe Vielen Dank.